Na komm, bewege dich weiter. So, der will weg. Wow, verdammt knapp. Wow, verdammt knapp. So, wieder innovatinger? Phew. So wollen wir mal sehen, da hinten sind noch zwei. So wollen wir mal sehen, da hinten sind noch zwei. hier ist der treppenaufgang da muss ich nachher hoch jetzt will ich hier unten das stockwerk säubern natürlich auch ständig alles loopen nicht aufm drehen hammer wieder ein so wo wo Elige weg! Okay, jetzt sonst nix mehr drin. Okay, jetzt rein. Mist. 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 ok alkohol und scheren habe ich mache ich mir besser dass ich hier nichts die hier mitnehmen kann so wo war die treppe noch mal ich glaube die war da vorne kann das sein was hast du davon verdammt da wo kommt der denn hier auch Wo kam der her? Also so war das nicht geplant. Naja, es ging ja einigermaßen gut. So Ellie, jetzt geh da mal weg, damit die hier rauskommen. So, wir lauschen nochmal, um sicher zu gehen. Ich sehe kein mehr. Vorerst. Da war auch die Treppe. Ich glaube, die sind von oben runtergekommen. Aber das kann ich mir gerade nicht erklären. Da hinten. So, weiterhin absuchen. Komm. 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 So. Hier war mindestens noch ein weiterer, das weiß ich. Ich habe ihn vorhin gesehen, außer es sind halt wirklich die, die da oben runtergekommen sind. Also bleiben wir mal besser ein bisschen vorsichtig noch. Drei. was denn der mag das was Verdammt! Der wollte es so. Der Hai nutzt mal. Bereit, Arschloch? Der wollte es so. Oh, scheiße! Ah! So, reicht es jetzt langsam, oder? Oh, Mann! So. Jetzt müsste ich eigentlich längst jeder gehört haben, also. Oh! Ja, von denen ist nicht mehr versprochen. Gerade noch muten können, ich muss kurz niesen. Der hat sich nicht mal angeschlichen, der hat sich einfach wie eine Eisenbahn auf mich zugerollt und dann ist er rausgekommen. Hat gerade noch gereicht zum muten. Sorry. So, jetzt bin ich aber auch nicht mehr halt so zimplig, ganz ehrlich. Jetzt, äh... Geht's nicht ja noch lang. Geht's nicht ja noch lang. Alter! Alter! Alter. Alter! Gassier ist gröss, das Hotel. Gassier ist gröss. Gassier ist gröss, das Hotel. Anger. so haben wir es jetzt langsam kann ich weiter oder so schütteln nicht vergessen ja dann war ich glaube ich schon oder wo geht es hier weiter geht es hier aber weiter ich bin gerade etwas verwirrt dann vielleicht hier hinten ah ja ich glaube hier war ich noch nicht dort hinten hier kam ich hoch also jetzt verstehe ich es gar nicht mehr ich war doch hier ich bin irgendwo irgendwo habe ich mich verheddert im weg also so so da hinten müsste eigentlich lang gehen so langsam wird es was ah hier war ich ja auch schon nur bin ich dann irgendwo falsch abgebogen ich glaube die feuertonne hat mich irgendwie verwirrt hier geht es weiter genau da so können wir noch was herstellen das da zum beispiel da können wir nicht das da mitnehmen so na hoffentlich hält das ding mal sehen wo wir landen das sieht nach durchgang aus das wird ganz schön eng aber na komm man bedenke der fahrstuhl steht hier schon seit 20 jahren ich wäre da nicht einmal so drauf gesprungen genau deshalb hier geht es gut alles okay du hast mich zu tun erschreckt vor allem schreit nicht so laut da schon mal nicht okay ich denke dass darum kümmern wir uns bei der nächsten aufnahme oder ja ich denke schon erreicht für moment dann kann ich ja noch kurz die kamera umstellen fürs nächste mal damit das dann geflippt ist damit ich dann statt so so gucke und da passt das denke ich also dann ja viel spaß beim nächsten mal so werden wir uns wieder sehen ich hoffe es war interessant und vielen dank und vielen dank